Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschek mittendrin live aus dem Bundestag in Berlin. Und jetzt viel Spaß mit Hartmut Koschek. Die Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich seit ihrem Amtsantritt die Verstärkung der Förderung von Forschung und Entwicklung zu einer Schwerpunktaufgabe der Regierungspolitik gemacht. Das hängt auch damit zusammen, dass unsere Bundeskanzlerin als promovierte Physikerin weiß, wie wichtig es ist, in Forschung und Entwicklung und damit in Zukunft zu investieren. Dabei gibt es fünf Schwerbereiche unserer Forschungsförderungspolitik, die Bundesforschungsministerin Dr. Annette Schawan verantwortet. Wir wollen Forschung und Entwicklung in Deutschland stärken, vor allem in den Bereichen Klima, Energie, Gesundheit, Sicherheit und Mobilität. Was das konkret bedeutet für die Förderung unserer Universitäten, was das konkret bedeutet für die Förderung unserer Unternehmen, auch mittelständischer Unternehmen, konnte ich diese Woche gerade auch durch ein interessantes Fachgespräch von Unternehmen aus ganz Deutschland erfahren, die sich um die Zukunft der Nanokohlenstoffröhren, einen ganz wichtigen Stoff für neue Produkte, in Berlin getroffen haben. Dabei auch Future Carbon, ein Unternehmen aus Bayreuth, das direkt neben der Universität in den letzten Jahren viele moderne Entwicklungen durch neue Materialien im Bereich der Kohlenröhren im Nanobereich auf den Weg gebracht hat. Da gibt es neue wichtige Produkte, zum Beispiel für die Innenausstattung von Automobilen. Da gibt es neue wichtige Produkte, zum Beispiel im Bereich der Sicherheitsforschung, um Materialien widerstandsfähiger zu machen. Das alles fördert die Bundesregierung. Es geht auch um die Energieforschung. Wir werden durch unser Energiekonzept in den nächsten Jahren einen Fonds schaffen, mit dem neue Energien, auch die Sicherheit im Energiebereich, in ganz entscheidendem Maß vorangetrieben wird. Es geht um Mobilität. Wir wollen in Deutschland und in Europa die Nase vorn haben, wenn die Automobilantrömssysteme der Zukunft erforscht und entwickelt werden. Stichwort Elektromobilität. Dies alles tut die Bundesregierung. Das kommt der Universität Bayreuth zugute, mit ihrer Fakultät für angewandte Naturwissenschaften, mit dem Kompetenzzentrum für neue Materialien. Das kommt aber auch mittelständischen Firmen in unserer Region wie Future Carbon und vielen anderen zugute.